Hallo, das haben wir wieder. Blut! Ja, das heißt kämpfen. Uh, ah, uh, ah, uh, oh. Hallo. Okay, okay, I can do it. Fuck, what, fuck! Nein! Äh, ja. Oder so. Oh, zum Geier geht's hier hin. Okay, die ist schon mal geknackt. Ich erinnere mich gerade an die Stelle, weil wenn man das Spiel durchspielt, im normalen Modus oder mittleren oder im schweren Modus auch, ja, dann kann man das Spiel nochmal durchspielen, und zwar im Nightmare Mode. Uh, Nightmare Mode. und im Nightmare Mode bin ich gerade in dem Level. Hallo? Oh, ja, 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 ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin nicht sicher, woher... ENEMY SAID! Holy shit! Holy shit! ... 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 Hahaha, wir sind immer gleich hier. Ich muss mir in die Kipping einnehmen zu nehmen, das ist ja auch nicht die Idee, aber ja, ich verstehe es eh nicht. Irgendwie sollte es doch ein bisschen schwerer sein, habe ich das Gefühl, aber... Das ist nicht doch mal gegenseitige Fürsorge. Ich bin nicht dran gewöhnt. Ich bin nicht dran gewöhnt. Ich bin nicht dran gewöhnt. Ich würde in einem anderen aus dem Gesicht schießen, weil ich nicht ganz schön viel Leben habe. Security Armor. Natürlich kann ich keinen Schlitten erkennen. Ach, das kann ich natürlich dran legen, dass es nicht weiter geht hier. Okay. Lauter Gläser, hier geht es auch. Pistole. Weены? Jaaja. Andrew Chit. Okay. Das heißt, es gibt eine neue Tür zu öffnen hier irgendwo. Also komm, als ob man da nicht durchkommen würde, wenn man sich so ein bisschen so hinstellt irgendwie. Nee, nee, geht nicht, geht nicht. Wenn sie jetzt so einen kleinen Spalt bei der Tür hinten aufgelassen hätten. Oh, oh, hallo. Komm, ich hab's noch. Komm, ich hab's noch. So, was? Oxygen, 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 ich finde, ich brauch Oxygen. What the hell, man. Let's go. Hallo, wo? Klopf, klopf. War to Connors. Aha, ich hab's noch. Aha, ich hab's noch. Aha. Marien, Bravo Team reports they've located your position, but are unable to move to your current location. Head through Engineering and try to link up with them in Sector 3. Okay. Interessant. Stopp. Gut, dass das für mich doch mal hier geht. So, und schauen. Hallo. Okay. 38, mal sehen. Walter Connors. Hier ist der E-Mail. Da steht nix. 102. Ist aber 39, okay. Das ist für den Nächsten. So, krass. Okay, das war irgendwie einfacher, als ich dachte. Hey, da zurück hier. Oh yeah. Huh? Come at me. Waitin. Ich hab mir gehofft, der Klick ein Stück früher anzuschießen. Aber irgendwie war es trotzdem nicht viel Schaden, was es dem Nächsten gemacht hat. Von dem her ist das Shit. Nicht wahr? Okay, ne. So, warte. Ah, hallo. Wow. Echt? Okay. Nichts gibt es. Taka. Okay, jetzt haben sie mich sogar ein bisschen runtergebracht von Health her. Und außerdem weiß ich, aha, da ist die Tür. So, schnell durch. Ich will das hier anpassen. Ich habe das Gefühl, dass er gleich verreckt hat. Aus dem Beuge, der mich führt. Ich kann alles allein. Ich kann nichts mehr anpassen. Aber kein Blut am Boden hier. Ne, ne, ne. Nicht unser Jay Edwards. Wir können nicht stoppen. Wir müssen jetzt loswerden. Wir müssen loswerden. Hier ist der Ort. Aber. Ist doch gut. So viel Blut, aber ich seh's hier. Die Reflektion. Die Reflektion. Wehe. Schon kein Monster? Scheiße, okay. Heute nicht. Ja, was sagst du? Was ist das drin? Das ist interessant. Du kannst warten. Ich hab nämlich gerade... ...Armor gefunden. Ich werde dir diesen holen. Ist ja ja schön. Ist doch alles super. Es ist alles easy. Danke, Gott. Du sollst mir danken, du Arsch. Ich kann dich ja Gott überlassen. Also, also. Ja, ja. Weiter geht's. Das war nicht schlau, noch nicht zu machen. Das muss ich dir direkt seh. Nee, das war nicht close. Das war nicht überann nähert close. Ich sag ja was close ist hier. Hallo. Zwei Leben. Oh, das hat mich jetzt gerade auch erschreckt. Ja. Oh, das hat mich jetzt gerade auch erschreckt. Da bin ich so, oh, ist da einfach ein bisschen... ...Health und Amor. Nee. Das ist doch ein netter Rückangriff. Da ist der Exit. Oh, der Exit. Exit! Äh, Exit! 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 Nee. Nee, nee, nee. Alles nur eine optische Illusion. Ich gehe weiter. Hallo. Ah, es ist ja so gut, angenehm dunkel hier. Jetzt sehen wir jetzt weiter. Die dunklen Passagen sind wohl die fiesesten. Kann man fast sagen. Hallo. Ach, ach. Hallo? Zuhause. Du bist so gut. Ha, 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 ha. Du, Kleid, ist echt dicht praktisch. Ach, das ist ja schon. Wo sind wir jetzt hier? Wow. The fuck is that Spider-Riff? Woher kann das denn? EU2 war zu stark von dir her. Let's go. Let's go. Wow, 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 what the fuck, what the fuck? Woher kommt die? Woher kommt die? Was wofür diese Waffe gut ist. Man, oh man. Okay. Hm. Was war's. War's. Was ist das industry? Ne, was ist das für die Folge? Okay. Jetzt weiß ich nicht, wofür ich mir diese Munition aufgerufen habe. Ha? Ja. Ich bin Beydor. Hallo! Okay, dann speichere ich mal wieder. Bis zur nächsten Episode. Wir sehen uns!